Hallo und herzlich willkommen zu, ich wollte schon sagen Space Engines, nein, Stellars. Und wir machen direkt weiter. Wir haben hier ein neues Special Project, Alien Barracks. Offensichtlich hat man wohl was gefunden auf einem Planeten. Ich werde das pausieren, denn wenn das Ding hier ankommt, das Construction Shift, dann möchte ich hier eine Mining Station. Ich möchte da hinten eine Mining Station, denn das hier ist Tropical World. So lange können wir es erstmal ausnutzen. Was ist das denn nochmal? Toxisch. Weiter geht's. Ja, sehr schön, sehr schön. Oh Gott. Was gibt es denn alles hier? Continental Tropical Arctic Desert. Hier gibt es auch allen Scheiß um mich herum. Ah, da ist ein Special Project. Das bin ich mir gerade einmal forschen, so lange so ein Border Range. Situation logiert und updated. In, was? Sanopel. Wo ist in Sanopel? Ja. Kristalline Wesens. Ewww. Ehh. Mmh. Oh. Das war mein Trick. Und das war mein Team. Oh. Okay. Stoppage. Oh. Und dann geht's wieder. Oh. 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 Dabri analysiert. Forschung complete. Nice. Nope. Mining Network Bessers. Ja, klar. Schiffe. Jetzt gehen wir mal hier in den Shipdesigner. So, Colony Shipman. Das ist richtig. Hm, auch nicht. So, hier, äh... Corvette. So, dann werde ich nämlich hier... Armored on packen. Ja, wird das Ship besser. Dann können wir demnächst die hier wieder zurückschicken. Zum Upgrade. Dann haben wir hier zwei kontinentale Welten. Da eine kontinentale Welt. Hier eine kontinentale Welt. Hier ist leider... Äh, hier, kontinentale, meine ich. Hier wird tropisch, tropisch. Desert. Gaia! Oh! Oh, 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 oh. Also hier, ähm... Der Vorteil bei einer Gaia Welt ist, dass die Habitabilität für jede Rasse immer 100 ist. Das Problem ist, Gaia Welten werden meistens von spirituellen, ähm... Fallen Empires, ähm... Beschützt. Also wahrscheinlich ist hier ein Fallen Empire, wie ich schätze. Hm, ein bisschen blöd. Und, ähm... Die finden es nicht toll, wenn man da drauf geht. Die bedrohen einen dann. Und wenn man da nicht drauf hört, machen die einen fertig. Mit einem Doomstack of Ships. Das will keiner. Offensichtlich habt ihr nichts zu tun. Das kann ich nicht auf mir sitzen müssen. Survey that system. Ach nee, du bist da hinten. Hört er nicht. Dann. Research Project. Und dann gehen wir nun mal bitte hier hinten einfach weiter. Du, ja, du kannst auch hier. Nein, nein, nein. Wie doch, doch, darfst du das Ganze machen? Du kannst dasselbe hier machen. Du kannst bitte dasselbe hier und hier machen. Wir werden nämlich demnächst in unseren Grenzen drin liegen. Oh, nein, nein. Nein, 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 toll. So, wer da ist das. Nein, das ist das. Hm. ok was haben wir denn also offensichtlich waren das militärische einrichtung und es wurde definitiv vor der prinzip lehräum des planeten verbaut okay was haben wir 150 prozent 150 experience und militärische errichtung bis heute research speed military theory sehr gut aber du gehst mal hier hoffen wir haben ein research project und ich hörte doch gerne noch so dass band das vor wo ist das da ist risk 50% Ja, Society Research and Energy Credits dafür, dass wir diese Event-Chain hier beendet haben mit den Habitablen-Welten. Wo ist denn das? Und das ist da. Ja gut, da gehe ich ja sofort hin. Sehr gut. So, du bist fertig damit. Mining Drone Laser, was gibt mir das? Ah, King Armour Penetration, die ignorieren beispielsweise komplett Armour. Am Anfang wäre das natürlich extrem heftig, aber es ist nicht wichtig. Point Defense gegen Raketen. Schilde. Ich glaube, das mache ich. Schilde. Bei mich. So früh Schilde erforschen. Läuft. Oh, du bist fertig. Möchtest du weiterlaufen? Ah, hier hat der komplette Arm ist für mich zum Beispiel hier komplett abgetrennt. Muss hier komplett rumlaufen, wenn hier Nationen sind, das wird Schmerzen. Okay, ich denke, hier unten brauche ich erstmal nicht weitergehen. Ich gehe dann erstmal lieber nach oben. Gehe dann mal nach hier. Da, da. Da, 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 da. Da. Da, da. So, das soll erstmal reichen. Und dann gehst du mal wieder zurück. Jetzt mit der Kolonie? Sehr gut. Ich finde das ja ein bisschen blöd. Da sind keine Planeten. Da sind keine Planeten. Da sind die Planeten. Da sind die Planeten. Da sind die Planeten. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ach, die Digger. Wurscht. Systeme-Serve. Das ist fertig. Ah, du hast Dinge gezogen gebaut. Sehr schön, sehr schön. Ich wette, dass du das noch ein bisschen Spanier ist. So, da sind ja schon ein bisschen Spanier. Ein paar Leute auf dem Planeten. Ich weiß jetzt nicht, wie ich damit direkt so umgehen würde. Ich glaube, ich werde dagegen... Das ist jetzt einer der ersten, weil Stone Age Primitives. Ich habe die Welt ist groß. Ich will die nutzen. Oh, die sind jetzt nach dort. Da ein Verlagert. Society Reset plus 3. Oh, Situation Log. Was gibt es denn? Aliens, Aliens. Ich habe mich. Oh, erst das mal an. Dann kannst du wieder gehen. Und hier will ich demnächst noch ein Colony-Ship establishen. Was ist mal hier denn? Ihr seid da. Schön und warm. Nahrung und Dinge. Sehr gut. Oh, Mineralien. Ah, so viel. Was bedeutet das denn? Wir sind also vielleicht dabei, ihre Ethos zu ändern. 60% bei Ocean Tropical Ball. Sehr schön. Dann werde ich ja effektiv draufgehen. Das kann ich hier tun, wird... Oh, 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 not 2 World. 2 World. Also, aha. Nuklearer Winter. Nice. Wie geht es dir mit mir? Anomaly found. Oh, oh, oh. Oh. Was war da? Gut. Offensichtlich noch mal Piraten. Noch mal Piraten, die man planten machen kann. Haha! Oh nein, nee, halt. Das will man nicht so machen. Na doch, komm. Machen wir so. So, ähm, wir geben mal ein Spaceport. Und mit Spaceports kann man das bauen. Ein sogenanntes Colony Ship. Ähm, du hier. Gehen wir mal zurück. So, ich werde das Colony Ship dann nutzen, um nicht zu platzieren. Was? Kontakt. Oh! Spaceport. Autsch. Autsch. Dann machen wir das da. System Survey complete. Situation Logon updated. Hostile Fleet engaged. Oh Gott, das schießt sogar. Oh Gott, Planeten. Gaia World. Ocean World. Arctic World. Arctic World. Ocean World. Ich hab so langsam das Gefühl. Ich hab so langsam das Gefühl. Aber hier geht noch ne Geil. Noch ne Dingens. Noch ne. Ancient Civilization. Ich glaube, ich setze die Geschwindigkeit ein bisschen runter. Gucken wir mal, wie lange haben wir. Noch 7 Minuten. Oh, anläuft. Oh Gott. Ah, also. Wie geht's denn so? Ich hab's hier. 23, 26. Okay. Ah, ich warte halt eben darauf. Kann ich mal ein bisschen mehr mit dem Constructorship machen. Ist der hier expandiert? Wo oft fokussiert der sich denn? Der ist denn so, hier. Das ist so ne. Äh. Oh. 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 Ähm. Was soll ich noch machen? Okay. Wahrscheinlich. Ah, was wollte ich grad machen? Gucken, genau. Wie weit bist du da? Da bist du Hälfte. Okay. Ähm. Du bist so, kann ich hier hinten, nein, hier auf dem Feld, auf dem Feld, da bist du noch hier am Meer, okay, dann kann ich aber schon mal Ver-So-City-Research vor allem machen, auch mit den Research. Dann können wir es mal ausmachen. Das ist gut, das ist gut. Schau es doch, ach doch so. Schau es doch, ach doch so. Wird. Wird. Okay, ist eigentlich nicht dafür, na, da muss ich eigentlich mal haben. Eigentlich muss ich hier und hier einen Pfluss machen. Ja. Space Piracy. Wo, 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 wo. Kontinentale Welt, Arctic World, Tundra Reed. Du sagst, ah, hm, was ist denn hier? Na ja, du machst das, okay. Und wo haben wir das denn? Na klar, bei Aliens habe ich keine Zeit für. Auch nicht. Drei von vier. Ja, wo ist denn die letzte? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was mir gerade einfällt. Abgesehen davon, dass ich jetzt hier Colony Shep. Ich brauche mal Coventen. Sind wir zu schwach. Was ist denn da? Nichts. Militär. Ah, Subspace nochmal die. Was ist denn das hier? Nichts Gefährliches. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Genau. Ja, nehm. Mhm. Oh, no, 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 no. Oh, no. Dammit, dammit. Das kommt auf, wenn man keine Frage gefluttert. Ich werde es einmal gesplattert. Station unter Attack. Research complete. Dammit. Mining Network. Ah, nochmal verbesserte Armour und bessere Flöster. Äh, ich nehme die bessere Flöster. Dammit. Hm. Das ist der Fall wirklich hier unten. Erzeugung mit Border Friction. Da unten will ich einen Sektor hinbauen. Hier kommt die wahrscheinlich auch ein Sektor hin. Ähm. Wo sitze ich die hin? Kontinentale Welt. Kontinentale Welt. Hm. Gute Frage. Ich glaube, ich glaube, hier. Ich habe hier ein bisschen mehr. Ich würde hier ein bisschen expandieren. Ich würde hier ein bisschen expandieren. Ich würde hier ein bisschen expandieren. Geht. Ah, hier oben haben wir dann noch ein Empire gefunden. System Survey complete. Okay. Equivalent. Unfriendly. Was ist denn hier? Happiness. Slavers. Collective Slavers. Ah, okay. Haha. Oh Gott. Sellads auch noch. Oh, ho, ho, ho. Oh, man ist der Wecker mal laut. Okay, so. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und bis demnächst bei Stellaris. Adios.